Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal jetzt kostenlos. Los geht's! Karriere Eine wunderbare Idee, die Ihnen morgens in den Sinn kommt, kann am Nachmittag schon etwas zu verwässert sein. Folgen Sie Ihrem ersten Instinkt, anstatt diese Idee anzuzweifeln, zu verändern und herabzustufen, bis sie keinen Sinn mehr ergibt. Gesundheit Die heutige Bewegung der Planeten stellt eine Herausforderung für Sie dar, Ihre Botschaft zu beherzigen, auch wenn am Himmel so viel passiert, was Sie ablenken könnte. In diesem Fall ist ein ausgewogener Lebensstil der Schlüssel. Ihre gesundheitlichen Ziele scheinen leichter zu erreichen zu sein, als Sie tatsächlich sind. Das heißt, Sie könnten sich selbst davon überzeugen, dass Sie es wirklich ruhig angehen lassen sollten, während Sie in Wirklichkeit den Kurs, den Sie sich selbst gesetzt haben, weiter verfolgen müssen, um Ihre Gesundheitsziele zu erreichen. Liebe Der Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, ermutigt Sie dazu, ein Studium in Betracht zu ziehen, das Ihnen in der Zukunft mehr Möglichkeiten bietet. Es wird Ihnen aber auch die Möglichkeit geben, Gleichgesinnte zu treffen, die ähnliche Interessen haben. Was auch immer Sie fasziniert, es wird sich jemand finden, der dieses Abenteuer mit Ihnen teilen möchte, und Sie werden sich vielleicht sehr nahe kommen. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Ob Sie nun an die Existenz von Chakren glauben oder nicht, Sie können die Fähigkeit entwickeln, Energie in Ihrem Körper zu spüren, zu bewegen und zu speichern. Diese Empfindungen reichen von leichtem Kribbeln bis zu heftigen Vibrationen. Beginnen Sie damit, dass Sie sich hinlegen und Ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ihren linken Fuß richten. Konzentrieren Sie sich auf diesen Fuß und spüren Sie ihn, bis er anfängt, warm zu werden und zu kribbeln. Schließlich können Sie Ihren gesamten Körper zum Vibrieren bringen. Die Entwicklung dieser Fähigkeiten hilft bei der Konzentration auf die Meditation, bei der Astralprojektion und fördert angeblich auch Ihre Hellsichtigkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Horoskop gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis dann! Schauen Sie mich mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020